und ein herzliches willkommen bei der nächsten folge von wildheart ja wie ich sie in der letzten folge schon angeteasert habe werden wir in dieser folge alle drei besiegen habe ich dann hier dann ist glaube ich hier alles fertig und wenn das schwein das wieder so schnell stirbt wie in der letzten folge dann wird das easy aber ich fordere trotzdem hilfe an weil das immer noch einfach ist wir haben die hier schon besiegt alleine vor allem das schwein ja die laber rüpfchen haben wir ich sag an dauernd laber rüpfchen das wird ein blut rüpfchen sein so nehm ich ja das ist ein blut rüpfchen hey du wir haben ein problem ich habe wieder vergessen zu essen das sollte ich eigentlich sein lassen das essen vergessen wir haben Hilfe dann geht das wesentlich schneller wir haben wir haben Nein! Okay. Ah, Lava Wicke. Ach, ich sag's an taunt falsch, als würde ich's zu Fleiß tun. So. So, Ausdach. Okay, der ist schnell down. Verzeih, kleiner Lava Wicke. Schaut mir leid, mein Name ist scheiße. Okay. War der auf Mitglieder? Wieso denn? Äh, dann gehen wir mal da lang. Ich hör hier, ein Roboter. Ich seh'n grade nicht. Hier bei den Stufen wahrscheinlich. Hm. Hier oben ist nichts. Loll. Auf die Entfernung? Ja. 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 Okay. Macht er ihn jetzt? Okay. Verzeih. Das Schweinchen. Was ist das Schweinchen eigentlich? In der Eisversion. Eisgrunzer. Okay. Welcher Gegner ist jetzt noch? Wir teleportieren uns hier rauf. Und dann schauen wir, wo es weiter geht. Da, der Wolfi ist es. Oder war ich da unten schon mal? Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein kleiner Roboter ist. Oder so ein Talisman. Wow, ich höre schnell da. Okay. Wieso vergeige ich es gerade? Ich habe andauernd jetzt den Bau versaut. Von den komischen Haken-Dingern. So. Okay. Wo will er hin? Okay Ich fliege da mal ganz langsam rüber Wie schnell ist er denn? Ach Man kann da Ich verstehe Er baut an da und die Die Seildinger da Damit ist man schneller Das wusste ich nicht Da habe ich was Neues gelernt Warte ich helfe euch mal Ja Das wusste ich nicht Das wusste ich nicht Okay Okay Jetzt verstehe ich das, wie er das einsetzt. Ach, das geht nur mit bestimmter Entfernung? Gut so wissen. Jetzt geht er da rauf. Er hat so viel Schaden gefressen, dass er wieder... Dass wir drei Stufen jetzt... Ich glaube es. Dass wir drei Stufen von ihm schon besiegt haben. Okay, da war einer wahrscheinlich viel zu stark im Team. Verzeih. Verzeih, bam. Er hat eine coole Angst. Die schnell Frostcreme-Angst. Hallo? Ja, das ist gut hier, ne? So, das nehme ich. Hier war noch auch noch irgendwo etwas. Ich höre. Ich höre keinen Roboter. Ach, das ist nur der Baum. Okay. Tot? So schnell kann es gehen? Aber das war jetzt fast zu einfach. Das war jetzt fast zu einfach. So, jetzt schauen wir. Hier haben wir Stufe 2 komplett gemeistert. Ja. Stufe 2 wurde komplett gemeistert. Perfekt. Ja, Leute. Jetzt kommen wir in die schwere Abteilung. Da habe ich das schon wieder vergessen. Ah, okay. Das heißt, wir gehen jetzt auf Stufe 3. Und töten die zwei. Da, komm. Da waren wir schon lange nicht mehr. Hm. Auf der Seeleninsel. Da wird es, glaube ich, auch Eis geben, oder? Okay. Ah, hier möchte ich noch kurz nachschauen. Kann ich den aufleveln? Okay. Da drüben ist das Hühnchen. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Oder das andere Vieh da. Den Smaragd-Gleiter. Das, glaube ich, ist sogar besser. Ist das der Wolf? Ist der auch? Nein. Ich dachte, weil das so aussieht. So. Ich nehme jetzt noch... Ah, Gegengiften. Das brauche ich gar nicht. Okay. Jetzt habe ich ganz viel sinnloses Zeug mitgenommen. Hey, Smaragd-Gleiter. Okay. Ah. Nein! Hahaha! Hahaha! Ah, da geh ich mal baden. Okay. Nein, das war... Loll, dass das Fimi mit dem zweiten noch hittert. Komm. Jetzt kommt noch der zweite. Komm. Ganz kurz noch. Danke. Hahaha! Wollte gerade blocken. Oh, danke. Hm. Okay. Nein. Okay, ich kann das noch nicht ganz so gut. Damit kann man auch eine ziemliche Stecke hinter sich bringen. Danke. 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 Oh. Danke. 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 Nein! Survive, bitch! Survive, bitch! Okay, das kleine Vieh wird jetzt sowas von drauf gehen. Wo ist es jetzt hin, ah, komm her, der hebt aber einiges auf Stufe 2, haha, den haben wir aber schon mehrfach getötet, hm, das alleine. So, ist da noch mein, nein, das ist nicht hier, nein, nicht ins Wasser, das ist hier irgendwo, okay, ja. Nein. Ich muss weg. Genau rein. Da ist er tot, ja, das kann er nicht überleben. Gut, war ja klar, dass er das nicht überleben kann. Das war jetzt viel zu viel Schaden auf einmal. Ah, schön. Ja, das freut das Lucky-Herz. Höne Schmetterlinge. Okay, nächster. Teleportieren. Hier. Auf hier. Da drüben waren wir ja schon. Ah, das ist der Wolf. Der Wolf ist auch da. Ah, das sieht ja grafisch gerade nicht so toll aus mit dem Schnee. Na, Hühnchen? Hier, hier ist Papa. Fuck. Danke für Stufe 2. Okay, das war jetzt echt blöd mit dem Timing. Das war jetzt echt blöd. Nein. Okay. Upsala. Upsala. Ist das Hühnchen jetzt schon sauer? Okay. Ich geh mal hier lang. Sag, ich geh hier rauf. Hier bin ich nämlich schneller, als wenn ich mich da umständlich hoch arbeite. Das zieht mich an. Ah, das war viel zu früh. Das war nicht weit genug. Ah, was wird das? Was? Willst du mich verarschen? Jetzt geht's wieder nach unten. Was für ein, ja, Arschhühnchen. Okay. 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 Komm. Das funktioniert nur ein paar Mal bei mir. Nicht so oft, wie du denkst. Und jetzt rein. Das war jetzt zu spät geblockt. Das war jetzt nicht so oft, wie du denkst. Ah, zu spät. Das war jetzt nicht so oft. Okay. 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 Und ich denke mal, das wird dein Ende sein. Es macht schon Spaß, wenn die Monster schon andere Kampffähigkeiten dann haben. Mit der Zeit. Na? Und rein. Ja, schön. Oh, das arme Hühnchen. Chicken Nuggets. Zeigt mir die Kraft an. Ich habe mir echt die Krabbe angegriffen. Ups. Da liegt es. Genau vor meinen Füßen. Ah, schön. Ja, wir arbeiten uns nach oben. Durch das Grindy Game. So, das nehme ich auch noch mit. Haben wir sonst noch was? Was? Ja, das nehme ich auch noch gern. Da ist noch ein Kristall. Das kann ich jetzt nicht. Okay. Schön, Leute. Das war wieder eine spannende Folge mit interessanten Kämpfen. Am Anfang habe ich bei dem Hühnchen ein bisschen... Ja, war nicht so gut. So, am Anfang. Da war ich nicht hundertprozentig zufrieden damit. Aber das ist das Hühnchen. Das war mein erster... Endgegner gefühlt. Aber... Ging. Äh... Schau ich mal. Rüstungen. Kann ich jetzt... Neue Rüstungen. Hm. Die wären besser. Ja. Ja. Okay. Nein. Schmieden. Ja. Nein. Nicht anziehen. Schmieden. Nein. Okay. Schmieden. Nein. Obwohl, doch. Ausrüsten. Nein. Eigentlich nicht. Äh. Was sind die höchsten Schuhe, die ich habe? Das sind wirklich die. Okay. Sonst habe ich nichts. Hm. Okay. Dann Leute, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Und vielleicht die Glocke, dann verpasst ihr auch keine Folgen mehr. Und dann, ciao. Aber ich liebe. Ich liebe dich. Haha. Haha.